Löwe, herzlich willkommen. Löwe, zweiter Teil Mai 2024. Wir schauen einfach mal, was ist in den nächsten 14 Tagen am Start. Denk dran, manche Sachen kommen verzögert, weil die eigene Energie manchmal blockieren kann, die eigene Wahrnehmung, der eigene Mut. Und egal, was du in meinen Legungen hörst, immer und immer wieder, egal in welchem Video, und du merkst, die Sachen kommen verspätet oder es tut sich erstmal nichts, ja, nichts verzagen, lieber hinterfragen, was ist das, was ich von mir aus tun kann oder weiß ich nicht, was du von dir aus machen könntest, okay, damit sich die Sachen in diesem Bereich halt verändern können, okay. Löwe, wir starten so gleich. Ich wünsche euch viel Spaß. Denkt dran, meine neue Handynummer seht ihr hier bei YouTube eingeblendet. Für Mai habe ich nur noch einen Termin frei für eine Legung von einer Stunde oder halt eine zielorientierte Therapie. Solltest du aber einen Notfall haben, kriegst du von mir natürlich noch einen Express-Termin, ja, von 30 Minuten dann aber auch nur. So, Löwe, wir starten ganz entspannt, weil ich heute sehr kurzatmig bin. Wow. Wenn du ein Löwe bist, der ganz viel durch Höhen und Tiefen gegangen ist, die letzten Monate, die letzten Wochen, das letzte Jahr vielleicht auch, viele Löwen haben ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Vision, ein bestimmtes Programm, eine bestimmte Vorstellung. Egal, welcher Typ Löwe du bist. Ja, das Video würde zu lange dauern, wenn ich alle Typen Löwen aufzeichnen würde. Meine Tochter ist auch Löwe, aber Löwe durch und durch. Ich sage es euch, aber Löwe durch und durch, okay? Löwe, halte an deiner Vision fest. Halte an deiner Meinung fest, okay? Halte an deiner, wie heißt das, besonderen, fallenfühligen, temperamentalen Entschlossenheit fest. Was für ein toller Satz. Der ist mir gerade so spontan eingefallen. Es kann durchaus sein, dass du ab Mitte Mai die nächsten 14 Tagen durch ein paar Höhen und Tiefen gehen wirst. Durch Wut, durch Enttäuschungen, durch emotionale Gefangenschaften, ja. Durch, weiß ich nicht, es geht hier alles auf den Pinn, du magst die Männchen auf einmal nicht mehr, die arbeiten ja auf dich, ja. Dein Hund hat auf einmal Flöhe, die Katze lässt zu viele Haare, die Frikadelle schmeckt nicht mehr so wie noch früher. Also es kann sein, dass du in den nächsten 14 Tagen ein bisschen auf die Probe gestellt wirst, wie sehr gehst du eine Situation an, was hast du bisher gelernt und wie ist deine temperamentale Ebene, auch in der Erkenntnis, dass du manchmal vielleicht etwas falsch interpretieren könntest. Bleib also ganz gechillt. Alle Höhen und Tiefen, die kommen werden, ja, wir haben vor allen Dingen Zwilling. Zwilling, Waage, Wassermann, aber auch ein Mensch, der zwei Gesichter hat oder ein Mensch, der zu viel Temperament hat und auf der anderen Seite wieder so eine Schlaftablette ist. Es kann sein, dass du entweder mit einem Zwilling zu tun haben wirst oder du in der Geburtskarte, ja, Zwillingenergien hast oder dass du dich in den nächsten 14 Tagen mit einem Menschen nochmal in Verbindung setzen wirst oder eine Situation kommt, die sehr zwiespältig ist, ja. Bleibe ganz entspannt. Der Schlüssel ist die Kommunikation und der Schlüssel ist, immer erst alles zu überprüfen, ja, immer erst alles zu hinterfragen, bevor du agierst. Ich rate dir, nicht zu agieren sofort, egal ob es in der Liebe ist, egal ob man dich einlädt, weder aus dem Glück noch aus der Wut heraus, sondern erst alles zu analysieren, weil der Kopf kann einem manchmal einen riesengroßen Streich spielen und dann kannst du viel in die Nesseln setzen, ja. Was ich dir aber rate zu aktivieren in den nächsten 14 Tagen ist, Zeit für dich. Ich war seit März, ja, März, wir haben schon mal, sehr abgeschlagen, ja. Hatte einige ärztliche Difficultäten auch und mein Körper hat mir einfach signalisiert, du kannst arbeiten, ja, aber in einer reduzierten Dosis, so, ja, damit du wieder zu Kräften kommen kannst. Das heißt, ich habe also seit März eine Phase gehabt, wo mein Körper mir gesagt hat, nimm dir Zeit für dich, ja, und das mache ich auch. Also ich arbeite sehr, sehr viel, glaub mal, ich bin wirklich ein Bookaholic, aber die Sachen, die jetzt unnötig sind, ja, wie zum Beispiel jeden Tag 50 Videos aufzunehmen, mache ich halt einfach nicht. Warum? Weil mir dafür meine Gesundheit einfach zu schade ist, ja. Also das heißt, nimm dir Zeit für dich. In der zweiten Mai-Hälfte wirst du eine Liebesgeschichte oder eine Herzenergie, etwas, was emotional zu dir kommt oder was dich emotional beschäftigt, kann auch mit einer Mutter sein, kann auch mit einem Kind sein, kann auch einfach nur mit dem Nachbarhund sein, ja. Eine Sache, die dir emotional sehr, sehr nahe geht, wird nochmal ein anderes Blickfeld oder einen anderen Blickwinkel bekommen. Das heißt, Löwe, es ist zwar wichtig, dass du dich nicht bremsen lässt, ja, in deinen Projekten, in deinen Zielen, in dem, was du vorhast, in deiner Reise, in deinen Unternehmungen, in deinem, was auch immer, ja. Das Glück an erster Stelle bist du selber, aber verhindere auch, dass eine Impulsivität oder eine Nichtverständigung dir im Monat Mai, zweite Hälfte, einen Strich durch die Rechnung machen kannst. Nimm dir also Zeit zum Ausatmen, nimm dir Zeit für dich, nimm dir Zeit zum Baden, nimm dir Zeit, die schön zu rasieren von mir aus, ja, auf allen Ebenen. Nimm dir einfach Zeit, auch mal ein Glas Wein zu trinken, mit dem Fahrrad zu fahren, Moppet zu fahren, ja, ein Eis zu essen. Also ich habe letztens ein Eis gegessen, das heißt drei Kugeln Eis, zwei riesengroße Kugeln und die dritte hat der Typ mir geschenkt, ja, weil ich halt einfach sehr sympathisch bin. Und glaub mal, ich habe das sowas von genossen, ich habe gedacht, ich schmilze jetzt hier weg, weil ich habe noch nie ein Eis mit so vielen geilen Geschmackserlebnissen im Mund gehabt. Ja, aber ich sage, Porno, also das brauche ich nochmal. Es ist ein Genuss, gönne dir einfach mehr, okay. In den nächsten 14 Tagen geht es darum, der Genuss darf nicht verloren gehen. Höre auch mal zu, was andere Menschen dir zu sagen haben, ja, kritisiere vielleicht nicht alles oder lass auch mal Kritik an dich ran. Aber wenn es hier um eine Liebe geht oder um einen Zwiespalt mit einem anderen Menschen, wie wir hier haben, okay, lass dich einfach die Energien zeigen und dann gucken wir, wo die Reise hinführt, okay. Eine wunderschöne Überraschung kann auf dich zukommen, wenn das Neue in deinem Leben kommen kann, wenn der Zwiespalt geklärt ist, wenn die neuen Projekte da sind, wenn die Gefühle an richtiger Stelle sind und das Kopfgeplappere auch raus ist. Aber eine wunderschöne Überraschung kommt auf dich zu. Passe dich manchen Situationen und Menschen an, die wichtig sind, aber passe dich nicht der Gewohnheit an, der Faulheit. Passe dich nicht deinem Temperament immer nur an, ja. Passe dich nicht an, dich an Situationen oder Menschen zu gewöhnen, die auch toxisch sein können, sondern gehe lieber einen Weg der Überraschung, der Neuerung, das Sachen zurückzulassen. Ja, kauf dir vielleicht auch mal neue Wäsche oder was auch immer, okay, aber zeige, dass du authentisch bist, zeige, dass du mutig bist, ja. Zeige, dass du Menschen auch bezirzen kannst, zeige, dass dein Charme so groß ist, dass die Wände wackeln, ja, nur wenn du den Raum betrittst. Mega geil. Ich gebe dir gleich ein paar Zahlen, ja. Für einige Löwen wird die Vergangenheit aufgenommen werden, durch einen Schmerz, durch eine Erinnerung, ja, durch einen Burnout, durch eine Erkrankung, durch tausend verschiedensten Sachen, ja, das Video würde zu lange dauern. Deswegen sage ich dir, dringender Notfall, willst du mehr wissen, schreib mich an, okay. Es gibt einen Weg, den du gehen musst, den du gehen wirst und den du gehen sollst. Ein Weg, der unabdinglich ist, ja, ein Weg, der für dich als Löwe dich prägen wird. Aber wenn dieser Weg auch damit zu tun hat, Menschen aus deinem Leben zu verdammen, die mit der Vergangenheit zu tun haben, dich an die Vergangenheit erinnern, die Narben aufreißen, ja, aus der Vergangenheit. Oder du merkst, Alter, das will ich gar nicht haben, das hatte ich schon mal. Sagen äußern oder wenn nicht zurückziehen und ab nach vorne. Es ist Zeit für eine Veränderung, es ist Zeit für eine positive Veränderung. Warte nicht länger, schiebe nichts vor dich hin, aber wenn du etwas machst, erst entscheiden, erst überlegen, erst abwägen und dann ab nach vorne. Die Zahl 5, die 2, die 7, die 1, die 6, die 1 und die 8. Mache aus diesen Zahlen, was du möchtest. Die 1 und die 8 kann eine 9 sein, ja, eine 18, eine 81. Mach aus diesen Zahlen, was du möchtest. Eine kleine Sonderbotschaft noch, erhöhe deine Schwingungen, du wirst sehr gefragt sein, du wirst sehr in Worte vieler Menschen sein, du kannst viel manifestieren, die 2. Maiwoche wird mega geil werden, wenn du bereit bist, dich nicht anzupassen, sondern zu zeigen, wer du bist, okay, und zu zeigen, dass dein Mut, dass dein Sein bereit ist für eine wunderschöne Überraschung und für einen wunderschönen Weg. Wow, ich wünsche dir alles Liebe, denk dran, schreib mich an, wenn du einen Notfall hast, ansonsten einen Termin, nur noch für Mai. Alles Liebe und wir hören uns, bye.